Musik Tag 3 beim Kitzalp Bike Festival stand ganz im Zeichen der Mode. Im Herzen von Kitzbühel wurden die schönsten Kreationen für fashionbewusste Biker gezeigt. Die Frage war, was passt ideal zu Kitzbühel dazu? Jetzt haben wir gesagt, noch einen Marathon können wir nicht machen, Hildclimb gibt es auch schon in Brixen und Kitzbühel wird auch sehr mit Lifestyle assoziiert, zurecht glaube ich. Und darum haben wir gesagt, machen wir so eine Modenschau. Für die sportliche Umrahmung und ein Highlight der Fashion Show sorgt der Trialbiker Tom Oehler. Neben der Modenschau begeisterte den Salzburger vor allem die sportliche Bandbreite des Kitzalp Bike Festivals. Also ich habe das Ganze über Facebook ein bisschen verfolgt, aber es ist halt cool, dass man einfach so viele verschiedene Mountainbike Disziplinen so vereint in einem Event. Das ist schon absolut genial. Das ist schon absolut genial. Das ist schon ein bisschen verfolgt. Vielen Dank.